geht so jetzt lassen wir auch meine Ruhe hier wir einfach nur das Dach hier oben noch drauf bauen Leute äh und darüber so und so und so und so und da und da dann kommt noch natürlich hier auch wieder Lightstone hin und hier kommt auch Lightstone hin und dann natürlich auch ach geht so jetzt machen wir das ganze so das ist ja auch kein Problem alles klaro ähm das muss wieder weg hier sind wir soweit fertig da baue ich mal die Glasscheiben rein hier, hier hier, hier, hier hier und hier da ist auch schon fertig und dann haben wir schon unseren kleinen Bunker fertig ah, Eisen haben wir nicht mit ich hätte lieber eine Eisentür reingemacht ich weiß nicht auf was für eine Einstellung das hier ist ist das nicht so klein? ist das schon okay okay Lightstone hat der gerade geht so, dass der Creeper, der kann auch gar nicht ah, ist der hier drin? äh, äh wie, wieso? äh, hallo? what the hell? ist das irgend so eine Einstellung hier oder was? wie, 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 wo, wann, was? wieso ist der jetzt explodiert? aha, ich glaube die haben eine größere Explodierrange das ist natürlich nicht so toll würde ich mal einfach so behaupten naja, jetzt machen wir hier erstmal uns eine Tür noch und hoffentlich die Creeper kommen hier nicht rein aber dann müssen wir ab und zu wenn es Boom macht halt, äh, sofort rausrennen und reparieren das ist ja auch kein Problem so zack, zack haha der erwischt mich nicht mehr komm her, du Sau komm her, du Sau so Tür zu jetzt müssen wir hier loslegen mit der ach, komm ja, ich glaube wir sind hier schon richtig begehrt also gut jetzt müssen wir die Mitte rausfinden hier ist die Mitte zack und dann nochmal eins runter dann muss das hier raus eins zwei drei vier fünf sechs sieben und acht oh oh, das ist ja ganz schön knapp gewählt und außerdem müssen wir hier auch von der Mitte acht rüber deswegen war das jetzt völlig völliger Schwachsinn was ich da schon wieder gemacht habe hier ist die Mitte eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht okay ach komm lass mich jetzt mal bauen hier okay also gut nochmal von vorne eins zwei drei vier fünf jetzt lass mich doch in Ruhe meine Güte fünf sechs sieben acht hier ist acht acht come on jetzt gehe ich mal auf die andere Seite und da lauert schon wieder die nächste Spinne also ich glaube das könnte etwas stressig werden hier zu bauen was haben die mir hier für einen dummen Auftrag gegeben in echt fünf sechs sieben acht okay jetzt tun wir mal schnell hier buddeln acht alles klar also müssen wir wenn hier acht ist dann muss das hier anschließen dann müssen wir auf jeden Fall hier hin okay das haben wir alles rutscher ja vielleicht erkennt ihr noch nicht was ich hier vorhabe aber das wird sich dann ach geh halt weg boah ist das stressig so zu bauen alles klar aber jetzt so das waren jetzt eins zwei drei vier fünf sechs sieben und acht so alles klar dann hier drüben auch nochmal das Ganze eins zwei drei vier wo ist denn der fünf fünf nochmal eins zwei drei vier fünf sechs sieben und acht drei die 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 ich glaube ich muss die jetzt mal hier ein bisschen ähm das ist die Creeper das ist scheiße ähm eine Tür kann ich hier auch nicht und das ist noch ein Creeper naja das müssen wir jetzt einfach so über die Bühne kriegen da bleibt gar nichts anderes übrig so hier jetzt muss ich mal gucken jetzt brauchen wir natürlich die Wasserheimer mal einmal Wasserheimer bitte und da wiederum natürlich erstmal einen kleinen ewigen Brunnen basteln den baue ich jetzt mal hier einfach mal hin so okay Wasser Wasser na die Erde lasse ich mal draußen den Rest brauchen wir nicht zack zack und dann wieder voll machen und ab dafür also einmal hier und einmal da so das müsste jetzt eigentlich äh komm das müsste jetzt eigentlich genau bis hier hin gehen oder jawohl hat geklappt hier drüben dasselbe die Eimer erstmal wieder voll machen fressen aha wir haben schon Hühner hier angesiedelt auch nicht schlecht die werden wir mitfangen dann mit der Falle einmal und zweimal okay so machen die Erde das müsste jetzt eigentlich auch genau bis zu dem Rand gehen genau da machen wir auch zu ja okay und jetzt ist hier natürlich ja jetzt habe ich hier zugemacht und jetzt komme ich nicht mehr raus ähm da machen wir jetzt mal als Schutz machen wir da mal keinen Wall hin oder machen wir einen Wall hin ja hier ist ja eigentlich jetzt erstmal abgeschlossen da können wir mal so einen kleinen Schutzwall hinbauen zumindest einen winzigen dass wir uns nicht mehr reinschubsen können jetzt habe ich echt das Problem dass das da hinten zu klein ist Scheiße dann machen wir erstmal hier weiter da kommen hoffentlich keine Creepers doch kommt äh mach ich nicht mehr warte mal auf ah der ist draußen explodiert sehr schön ich mach jetzt erstmal weg 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 so ruhig äh hier eins zwei drei vier fünf sechs sieben und acht und Abgang und das ganze nochmal eins zwei nehmen wir mal zwei drei drei vier fünf sechs sieben acht na perfekt hier hier Fackel weg hier hier da 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 tra la la okay rausbuddeln dann machen wir gleich hier auch wieder einen Schutzwall hin na komm Ach, das füllen wir jetzt mal aus hier. Jetzt hätte ich es beinahe gesagt. Jetzt hätte ich beinahe gesagt. Das füllen wir jetzt mal aus hier. Was soll der Geiz? Da muss man sich echt zusammenreißen. Wenn man zu viele andere Let's Player geschaut hat, das gewöhnt man sich natürlich auch selber an. Also natürlich auch im Re-Life, muss ich dazu sagen. Und dann muss man da echt aufpassen, dass man das Ganze nicht hier in seinem eigenen Let's Show, Let's Play, nicht auch plötzlich sagt. Obwohl eigentlich ist es ja gar nicht patentrechtlich geschützt. Warum darf ich das nicht sagen? Ich sag's einfach. Was habt ihr jetzt davon? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alles klar. Hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. Und wieder ein Schutzwall bauen. Dann, 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 dann. Ich weiß gar nicht, wie lange ich jetzt hier schon baue, aber ich muss jetzt das hier in einer Aufnahme durchziehen. Dann, 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 dann okay jetzt könnte ich eigentlich und hoffen dass da nichts kommt das so dann muss das hier alles natürlich zu hau ab ey cool da können sie ja gar nicht durch das ist natürlich auch nicht schlecht so 1 2 3 4 5 6 7 und 8 nein das stimmt doch was nicht 1,2,3,4,5,6,7,8 das ist doch 1 zu viel jetzt mache ich das mal zu und dann müsste ich hier eigentlich 1,2,3,4,5,6,7,8 ach so das hat schon gepasst ich habe falsch gezählt tut mir leid Leute ähm 2,3 4 äh ach so genau ich verwirre mich immer selber mit den ganzen Geschichten also 1,2,3,4 5 6 7 und 8 alles klar jetzt einmal rauf hier dann hier und jetzt brauchen wir wieder Wasser das machen wir jetzt mal zu hier wieder brauchen wir nicht mehr einfach mal zugemacht mit Dreck ausgefüllt den Dreck ja die Monsterfalle die wird schon fein fein feini feini ach jetzt kommt die blöde Spinne wieder rüber komm her komm her ihr braucht es gar nicht erst versuchen warum versucht ihr es eigentlich immer das ist völlig für die Katz Spinnis ja habe ich es jetzt daneben gesetzt hoffe mal nicht ähm ich sehe nichts ach es ist mir jetzt auch wurscht wird schon passen mhm dann hier und hier und das ganze dann nur noch 10.000 mal einmal in dem Eck nein äh hier und hier und dann da drüben natürlich auch nochmal erstmal was fressen wieder jam 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 ach ja komm schneller CDs das muss schneller gehen wir sind hier bei einer militärischen Operation keine Müdigkeit vorschützen Rekrut CDs auf geht's was haben sie in der Ausbildung gelernt das Schlafen oder was nein das Kämpfen das Bauen und das überleben also auf auf dahin nee da haben wir schon öh ok da haben wir es ja dann haben wir es wahrscheinlich da hinten im Eck noch nicht ach das war natürlich jetzt auch wieder blöde ah dann kommen wir von hier her sehr schön einmal hier und einmal da dann wird der Schutzwall zu Ende wer war das äh ach hier ähm jetzt kommen sie theoretisch theoretisch schon fast gar nicht mehr rein jetzt machen wir mal hier außen die Außenwände die machen wir mit Stein so äh hier einmal Stein bitte die Erde brauchen wir jetzt erstmal nicht mehr der Holz brauchen wir auch nicht dann nehmen wir lieber noch ein bisschen Stein mit alles klar ähm jam 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 ok und wie schießt mich jetzt einer runter ja oh nein oh man blöde schnonzen komm nur her komm her jetzt komm halt her ja und dann auch noch da runter das war ja klar konnte ich jetzt da laufen ne ach kommt halt geht so was mach ich denn ich hab ja gar nicht meine Schwester äh ok und dann da wieder rauf und jetzt halt die Fresse äh ach wie komm ich ins Nevinger aus da wollte ich eigentlich einen Lightstone hinsetzen und den krieg ich noch hin aber auf der anderen Seite ist doof ach ja ach ja und dann fall ich noch selber rein ist ja klaro aber wisst ihr was ich werde jetzt trotzdem äh schon mal die Aufnahme abbrechen weil ich hab gedacht ich krieg das irgendwie schneller hin aber jetzt ist bestimmt schon ne Stunde rum ne ne halbe Stunde ich weiß es nicht auf jeden Fall ich mach morgen weiter tschüss bis dann 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 tschüss bis dann